Blutwurst 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 und Leberwurst waren die besten Freunde. Blutwurst hat die Leberwurst als Gast zu sich eingeladen. Als Essenszeit war, wollte die Leberwurst ganz vergnügt zur Blutwurst gehen. Als sie bei ihrer Haustür kam, sah sie komisches Zeug auf jedem Tritt von den Stegen und von denen hatte es viel. Das war etwa ein Schäufele und ein Wüscherle die zusammen geschlägelt haben. Dann hatte es einen Affe mit einem grossen Blätz am Kopf und noch viel mehr wunderliche Sachen. Die Leberwurst ist ganz verschrocken, aber sie hat alle Mut zusammen genommen, ist in die Stube und von der Blutwurst freundschaftlich in Empfang genommen wurde. Die Leberwurst wollte gerade anfangen, sich nach diesen seltsamen Sachen zu erkundigen, die hier aussen auf den Stegen wären. Die Blutwurst aber hat so getan, als würde sie sie nicht hören oder als hätte es keinen Wert darüber zu sprechen. Oder sie hat jemanden zum Schäufele und Wüscherle gemeint, das war meine Magd, die hier auf den Stegen mit jemandem geredet hat und hat von etwas anderem angefangen zu schwafeln. Daraufhin ist die Blutwurst raus und hat gesagt, sie müsse zum Essen schauen, ob alles sauber angerichtet und nichts in die Äsche geschossen worden ist. Als die Leberwurst unterdessen in der Stube hin und her gelaufen ist und eher die seltsamen Sachen nochmal durch den Kopf sind, ist jemand, man weiss nicht, wer es gewesen ist, reinkam und hat gesagt, ich warne die Leberwurst, du bist in einer Blut- und Mörderhöhle, mach schleunigst, dass du wegkommst, wenn du dein Leben gerne hast. Die Leberwurst hat nicht lang siniert, ist zur Tür rausgeschlichen und ist gesprungen, so schnell sie konnte und hat nicht angehalten, bevor sie aus dem Haus und mitten auf der Strasse war. Da hat sie sich umgedreht und hat die Blutwurst oben im Bodenloch gesehen stehen mit einem langen, langen Messer, das geblitzt hat, als wäre es frisch gewetzt worden. Und sie hat damit gedroht und runtergerufen, hatte die, so wettet die. Hattet die, so wettet die.